Und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Call of Duty Ghosts Multiplayer mit dem Miles und mir, dem Fancy. Und wir spielen Overlord im Team Def... Team Death Nets. Team Defense wäre natürlich auch gut, ja. Genau, wir spielen Team Defense auf Overlord und naja, mal gucken, ob diese Runde jetzt besser läuft als die vorherigen, weil wir haben nicht so ganz das optimal Ergebnis erzielt. Naja, zumindest bei mir saß er so ganz passabel aus, aber wir haben irgendwie immer verloren, das ist nicht schön. Ja, was ja insgesamt ist, ist mir eigentlich völlig Hupe. Was? Meine KD zählt, verstehst du? Ja, meine KD ist die, die zählt und die mischt endlich mal hier was Positives haben. Oder wenigstens 0 oder so. 0-0. 0er KD halt. Oder 1er. 0 ist gut, ja. Ja. Ja, nicht 0-0 Kill, 0 Death, sondern halt eine Nuller. Naja, du weißt schon, warum lädt denn das jetzt schon wieder so lange? Der positive Mensch. Ja, oder eine Neutrale, es geht auch noch so jetzt hier, Standard, zack. Team Death Match. Dann legen wir mal los, Ghost-Druck. Ja. Wir legen los. Lauf doch mal, Uschi. Dann gehen wir mal hin. Verdammt. Ja. Ich komme aber auch nicht auf die Idee, dass der vielleicht zurückkommen könnte, ne? Nachdem ich schon auf ihn geschossen habe. So. Spielen wir hier einen auf Camper, oder was? Ich habe hier noch gerade einen gesehen, du musst, ey. Ja, irgendwie sehe ich öfters mal einen. Also jetzt sehe ich gerade keinen. Oh, hier kommt jetzt mal einen. Du siehst du, sollst nicht zu laut schreien, ne? Wieso sind keine Gegner da ankommt, vielleicht zwölf. Ich bin auch hinter dir. Okay. Aber bitte nicht zu nah ran, alles weniger als ein halben Meter ist, ne? Schwul. Wurde mir, glaube ich, bei der Bundeswehr mal so gesagt. Alter, Junge, geh aus dem Weg, hier. Oh, oh, oh. Nicht auf mich schießen. Mag das gar nicht. Oh, Alter, mal was. Äh, nee. So, äh, äh, anrufen. Scheiße. Ich dachte, der störe. Da ist einer. Nein, was? Boah, ich habe eine Mine-Rengerin. Äh, da, 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 da. Ich bin gar nicht überminen, du bist hier einer, der... Nein. Nicht offiziell. Oh, du Drecks-Camper-Osche, äh. Osche, Osche. Ist Camper Osche? Alles klar. Ja, nee, kennt man ja. Nur Drecks-Camper. Renn mal eine Mine, renne mal eine Mine. Oh, oh. Bäm, Alter. Ja, das war die Mine-Resser. Drecks-Camper. Schau, der ist nicht renngerannt. Dann noch einer. Alter, die sind voll Camper. Alles, alles Sniper-Typen in dem Team, bei dem, beim Gegner. Voll schlimm, Mann. Ich finde das langweilig. Na ja, was soll man dazu noch sagen? Da fällt einfach nicht. Nee. Da ist es wieder langweilig, du hast hier gerade voll im Kreis. Ja. Da kommt, oh, da. Ja, wegen dir bin ich jetzt tot. Ja, wegen dir. Hab ich dich erschossen? Ja, aber du bist beschossen, läufst weiter. Ja, siehst du. Ja, also wegen dir. Also bist du das Kanonenfutter gewesen? Yo. Weil du weitergelaufen bist. Cool. Oh. Hä? Was denn? Ach. Oh. Camper. Äh, Sniper. Camper, Sniper. Ja, Camper. So, ich hab mal ihn mit meiner Mine erwischt. Irgendwie, durch Zufall. Oh, da stand einer. Ziel ausgeschaltet. Voll unnötig. Oh, da. Ey, der gleich ist ja schon wieder. Der kämpft da immer noch. Ich ja. Verdammt. Gibt's doch nicht hier. Schnapp' ich mach' jetzt nicht. Schnapp' sie dir alle. So, komm' mal. Sniper' auch noch. Ja. Oh, ich hab' vorreitet. Ey. Es ist 290. Okay. Das ist doch wirklich nur ein... Was ist das? Ich hab' dann dreimal den Führerinnen abgeknallt. Mit einer Mine. Okay, einmal. Aber echt total. 300. Ich seh' hier irgendwie alles. Nur keinen Gegner. Ich mach' mir mehr, wo ich mich gucke, als normale. Verdammt. Maaaannn. Maaaannn. Äh? Ich hab' mir mal noch ne ballistische Weste gesnackt. Gucken, ob die was bringt. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Hab'n Hund gequillt. Tut mir nicht leid. War der Peter. Sattkommverbindung. Ich hab' noch nen Sattkomm rausgehauen. Maaaannn. Frau. 14. Scheiße hier. Boah, Alter. Überall nur diese... ...diese Snipertyp mit ihrem komischen Busch-Umhängen. Äh. Der Skin hat leider noch nicht freigeschaltet. Aufgrund mangelnder Punkte. Das ist kein Skin, das ist wenn du ne Sniper rausgehst. Ah, ist egal. Nein, ist es gar nicht. Klar. Danke schon. Nein, ist es gar nicht. Ich kann das auch so für mich mit meinem Maschinengewehr-Dings-Gedöns. Bum, bum, dings, blablabla, blablabla. Schade, schade. Schüter verloren. Ja. Ja, wir sind halt so die Antipros, ne. Wir räumen von hinten auf. Antipros. In your face. Tja. Ärgere den Sasquatch. Ich bin letzter, richtig geil. Ja, ich bin vorletzter, das ist noch geiler. Ja, aber guck mal, ich bin auch nicht wirklich oft gestorben. Ich hab einen, kein, kein Gegner war in der Nähe. Keiner. Ich hab ein Objekt freigeschaltet. Erledigen Sie einen feindlichen Wachhund, während er sich im Sprung befindet. Ärgere den Sasquatch, hab ich hier. Ja, das hab ich auch bekommen. Naja, naja. Naja, nochmal Bayview kenn ich noch nicht. Aber ich bin der Rang 17. Die wollen alle Prison Break spielen. Iiii, geht nach Deck. Nein, ich bleib bei Bayview. Du weißt, sie müssen vier Sekunden warten vor der nächsten Abstimmung. Bring zwar eh nichts, aber gut, die wollen dann alle halt Prison Break spielen, also spielen wir Prison Break. Ah, Bayview ist natürlich eine von den neun. Ich weiß, ich kenne die Map nicht. Äh, du hast auch den Season Pass, oder? Ja, dann ist das, glaube ich, eine von den neun aus dem DealC. Ja, ne, wahrscheinlich, aber ich, wie gesagt, ich kenne, ich hab die nie gespielt. Und irgendwie wollen die DealC gibt es ja noch nicht so lange. Ja, irgendwie. Ja, also liebe Zuschauer. Ne, hier sieht da mal eine neue Map. Ne, ihr seht da nicht, weil wir spielen Prison Break. Ach, ja. Scheiße. Ja. Hätte, hätte Würstchen Kette. Hätte, hätte, hätte Fahrradkette. So. Ich bin hier schon voll verwirrt. Ja, ist schon spät. Nein, eigentlich ja nicht. Nee. Warum denn nicht? Weil es nicht spät. Ach so. Ist noch früh. Ja, sagt der, der ein paar Minuten länger geschlafen hat als ich. Ich bin ja heute um, heute früh um 6.15 Uhr, glaube ich, ins Bett. Ja, ja. Und bin dann um halb eins, also 12.30 Uhr und fertig aufgestanden. Okay. Ja, deswegen bin ich heute nicht ganz so fit, aber irgendwie bin ich heute total sprechfreudig. Keine Ahnung warum. Ich bin halt weggeschossen, wie es kann doch nicht wahr sein. Ja, ich habe einfach mal in Leere geschossen jetzt hier so. Also wenn ihr je lang gehst, ist es doof. Ja, ich hab's gemerkt. Ja. Oh, wie? Das ist ein ungeschütztes Ziel. Stimmt. Und ungeschützen. Jawohl, Doppelkill. Doppelkill. Ich versuche mal zum Turm zu kommen, wo sie alle so schön rumcampen. Ich bin Zweiter mit 2.3. Erstmal ein Trophy-System hier setzen. Wow. Kann der denn jetzt her? Ich habe hier schon aufgeräumt. Sehr schön. Und dann gehen wir natürlich wieder nach unten. Weil ich bin kein Sniper und kein Camper und kein Typer. Typer. Ey. Was? Ey. Camper sind wo? Achso, ja. Aber ich camp ja nicht. Was ging mal denn hier? Hier ist noch irgendwo eine Mine. Also jeder, der das beatet, ist like, dass ich camp fahre. Achso. Oh, jetzt habt ihr mir einen Kill geklaut. Voll voll Messarm. Ich habe immer noch 1-1. Ich habe 2-5 mittlerweile. Stark ausgeräumt. Okay, jetzt habe ich 1-2. Ich bin hinter dir. Fast. Was ist das so? Ich bin da integrale saddle. Ah, okay. Je meinte, wieso? Atatatatatatatata. Nein, ich habe den Chat aktiviert. Hast du den Y-7 gedrückt? Ja. Ja, das kenn ich. Ich will mich im ersten Mal ducken und drücken nicht X, sondern Y. Oh. Oh, ein Wau-Wau. Ne, ein Wolf. Ein Wau-Wau-Wau-Wolf. Ein Wolf-Wau? Ja, irgendwie so. Irgendwas mit Bällen und Beißen. Also eine Frau. Ja. Hast du was gehört? Nein. Ich bin taub. Verdammt. Also nicht gut, dass du taub bist, aber jetzt rutsch. Ja, irgendwie. Schreckend. Da oben ist ein Wattkommen drin. Ich würde das gerne ausschalten. Ja, Kimbo, du. Ich geh jetzt hier einfach mal ins Haus rein. Und der erschießt mich auf der Treppe. Boah, ich hab's gewusst, ey. Ich hab's gewusst. Hinter dir im Haus war der. Ja, kann er ja. Ich lauf jetzt außenrum. Bin die ganze Zeit zum Haus gerannt. Das ist echt schnauze voll. Nein, wo ist er? Was? War da gerade einer? Wo ist er hin? Verarschend. Ach, der lag da. Boah. Der hat fünf Mal versucht, mich zu erschießen. Scheinbar nicht getroffen. Oh, oh. So, verbündet. Boah. 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 erwischt ist kaputt verdammt das heißt danke nicht verdammt 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 da habe ich gerade gesagt ich habe es zerstört ja verdammt 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 1 zu 10 das hat den zustand so moin geh aus dem bild da kommt gerade einer ja toll du stehst genau vor meiner Linse kann doch nicht wahr ich bin schon nix weg gewesen nein nein doch Oh Gott. Ja wirklich. Gornati! Gornati! Herrgott! Herrgott, ich bin der Hosebord. Ja. Ich will nach Hause. Hm. Feindliches Outcome-Gewichte. Das war so eine Sache. Ist doch nichts für Bülstück. Nee, ich nicht. Ich hab ihn doch gesehen. Jetzt bin ich ernsthaft, wo sind die? Fack mal ein Satcom jetzt bereit. Da reichen wir. Oh, verdammt. Oh, der war genau hinter mir. Verbündeter Helikopterpilot aktiv. Verbündete Satcom aktiv. So. Was bin ich hier eigentlich lang? Maaan. Bin hier irgendwo nirgendwo. Jetzt würde ich mal eher da so nehmen, wie die Action auch abgeht. Hier ist jedenfalls gerade tote Hose. Voll tot in der Hose. Das kann doch nicht sein. Das kann nicht sein. Ey, die haben den Wettbewerb kaputt durchgemacht. Spinnen wohl die Römer. Ach, verdammt. Ach, verdammt. Ich hab hier einen tollen Kopf reingeschossen. Weiß denn, der stirbt einfach nicht. Ja, Alter. Das ist ja eh schon leer. Was willst du dann töten? Ja, weiß ich auch nicht. Alter, 2 zu kurz, ha? Ich war ja schon mal schlecht, aber... 5 zu 8. Ja, gut. Der war ein bisschen besser. Aber es ist, glaube ich, wirklich so, der... Ich bin der letzte Abschuss. Schon wieder? Da lag einer... Ich weiß nicht, wie der hingekommen ist. Der war oben auf dem Baum drauf. Okay. Ey, der war knapp 72. Aber ich hab 4000. Siehst du das? Ja. Oben auf dem Baum drauf. Siehst du ja auch an seinem Bild? Guck mal, mit Grün und alles. Das ist voll der, voll der Buschmann. Ja. Der war bestimmt auf einer Waldschule. Der war ein Busch wie Mowgli, ey. Ja. Auf jeden Fall. Danke fürs Zuschauen. Und, äh... Oh, ein Objekt. Juhu. Yay. Seien sie zweimal das Opfer in der Gewinnabschlusskamera am Arsch. Das machst du bestimmt öfter mal. Ja. Gut. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao. Bis dann.